So, jetzt habe ich... Achso, fehlt nur noch Pinsel. Achso. So, jetzt habe ich grüne Farbe mit einem Pinsel. Das heißt, ich kann jetzt zu dieser ominösen Tür, um mir dort ein... Warte mal, wo war denn das nochmal? Was ist hier? Ja. Um mir hier einen Weg zu malen. Ich habe keine Ahnung warum. Wett. Grüne Farbe. Ich muss gemäß dem Buch drei pflanzen. Das haben wir schon gelesen. Oder beziehungsweise wissen wir das schon. Ich, äh... Wat? Ne, oder? Ganz ehrlich. Wo soll ich denn wissen? Bitte wissen, wo ist das richtig? Warte mal, das könnte richtig sein. Alter, willst du mich verarschen? Da sind auch Augen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich bin überfragt. Das hier oben ist nicht mehr richtig. Bitte noch keine Tipps geben in den Chat. Ja, ich, äh... Das sieht fast richtig aus. Was ich mal so sagen darf. Ich habe... Alter... Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache oder nicht. Oder... Ich weiß es nicht. Ist doch richtig, oder? Ist doch ein Gesicht. Uff. Wie gut, dass man durch diesen weißen Schimmer auf dieses Feld, was man ausgewählt hat, auch alles sieht. Finde ich super. Nein. Ja, vielleicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Hier. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Wie kann man denn nur so ein Spiel... Jetzt mal ganz ehrlich, das Spiel ist vielleicht freigegeben ab vielleicht, äh... Zwei Jahren? Alter, wie schwer das war? Mal ganz ehrlich. Eine fliegende Frau! An einer vielleicht Kette, oder keine Ahnung. Erstmal die Truhe angucken. Ist egal, ob unsere Tochter da fliegt. Was, was ist das denn? Was, was... Da befindet sich doch ein Schloss in dem Schädel. Kampfgeks, ich grüße dich. Ähm... Ja, dann nimm Pickel, die Haare. Die Karte, die Duplone, den... Porträtstücke? Okay. Ich habe meine Tochter gefunden. Doch sie befindet sich in einer magischen Trance. Wenn Remington sie dieser Trance besetzt hat, kann ich sie auch wieder davon befreien. Oh mein Gott. Einwürfel. Grüne... Ach du Scheiße. Grüne Flüssigkeit... Notenschlüssel... Eidechsenzunge... Äh... Schirrflöffel... Was? Allraumwurzel... Federsichelrose... Finde ich natürlich alles sehr, sehr super. Weil das alles so schön bunt erleuchtet ist, kann man das gut erkennen. Prost, Hassau-Fans und Wohle. Und willkommen zum Möbel-Wild. Ich habe keine Ahnung. Ich ähm... Noten-Schlüssel... Alter, warum sollen hier Noten-Schlüssel sein? In Gott's mir. Ich habe keine Ahnung. Ist das alles so... Vor allem ist das alles so sehr, sehr schön bunt und alles gut sichtbar, muss ich sagen. Ein Kürbis... Ein Kürbis... Ein Kürbis dürften normalerweise recht... Da oben ist der Kürbis... Recht gut zu sehen sein. Eine Feder... Hier sind überall Federn. Hier eine Feder? Ja... Sichel... Schon wieder eine Sichel... Die hatten wir erst schon... Da ist keine Sichel... Hm... Ähm... Grüne Flüssigkeit... Finde ich super. Hier ist eine blaue, da ist eine gelbe. Kann ich die mischen vielleicht? Ja, das ergibt eine grüne Flüssigkeit. Super! Ähm... Garnspule... Oh Gott, eine Garnspule ist eigentlich relativ klein. Erstmal einen Gerstensaft. Korrekt. Wo ist denn hier bitte eine Garnspule? Da ist eine Garnspule. Die konnte man gut erkennen hier oben. Äh... Rose... Wer hat mir die Rose... Das ist keine Roseflex. Auf dem Hintern... Tätowiert... Das ist auch keine Rose? Was ist denn... Vision bitte? Was ist denn... Ist das Vision? Das ist Vision. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Das ist auch keine Rose. Die Rose habe ich in der Hose. Mh... Nilschlüssel... Was ist ein... Nilschlüssel bitte? Was ist es denn nicht? Mhm... Guck mal, der Frosch! Eidechsenzunge vor allen Dingen. Boah, soll ich denn bitte wissen, wo eine Eidechsenzunge ist? Mal ganz ehrlich. Meinst du... Meinst du, ich bin... Äh... Alter, ohne rechtsmittig... Neben dem... Nehmen wir eine schwarze Blume. Rechtsmittig... Nehmen wir eine schwarze Blume. Nehmen wir eine schwarze Blume. Wo ist denn hier eine... Recht... Wenn... jetzt hier Mitte. Rechts mittig. Nein. Da war die Rose im Übrigen, aber rechts mittig neben der schwarzen Blume. Tatsache. Das ist doch nicht mittig. Das ist nicht mittig. Das ist rechts. Rechts. Alter, das ist rechts. Das ist rechts und nicht rechts mittig. Alter. Entschuldigung. So. Sichel. Da ist die Sichel. Mein Gott. Äh, Nilschlüssel. Äh, den steckst du in die Nille. Ja, toll. Ähm. Den ist ein Faceball. Ähm. Nilschlüssel und Schöpflöffel. 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 Wo ist der Schöpflöffel? Äh, das ist der Schöpflöffel. Nein. Das war die Eidechsenzunge. Super. Wow. Aber hier ist der... Da ist der noten Schlüssel. Da ist doch ein Löffel. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel. Wie sieht denn so ein dämlicher Schlüssel aus? Alter, das war ja alles hier oben in der Ecke. Wo ist denn bitte... Der Nilschlüssel... Der Nilschlüssel... Alter, 13 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig. 13 Zuschauer, guckt sich... Guckt sich so einen Müll an. Vielen Dank und willkommen zur Let's Valley Live Show. Ähm. Nilschlüssel. Wo ist denn bitte Nilschlüssel? Das hier ist kein Nilschlüssel. Das hier? Nein. Was? Nein. Der Frosch vielleicht verschluckt? Nein. Hier vielleicht? Nein. Beute Tatsche? Hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Nein. Hier außen? Das vielleicht? Nein. Das ist auch kein... Das ist eine Pflanze. Das hier ist... Das war ein Kreuz. Aber okay. Eidechsenzunge. Ein nützlichen Gegenstand. Ich frage mich, wofür ich die Eidechsenzunge brauche. Bin ich ganz ehrlich? Äh. Was können wir noch hier tun? Die Seil mit der Formel für die Tinktur der Regeneration wurde herausgerissen. Ich muss sie finden. Mhm. Hier ist ein Schlüssel am Liegen. Hier ist eine Kanone. Damit könnte ich mich eigentlich in den Kopf schießen. Weil dann ist das Spiel vorbei. Aber okay. So. Äh. Ja, ja. Haben wir schon gelesen. Sonst können wir nichts tun. Ah, doch hier. Was hier? Die Halskette bildet eine Art... Levitationsfeld. Ich kann sie nicht herausnehmen. Ja, dann nimm doch hier... Keine Ahnung. Dann nimm doch hier die Zunge von Eidechse oder den Pickel. Nein, kann sie nicht. Die Zunge sind auch super im Hintergrund. Äh. Wir haben eine Eidechse zu. Ich frage mich, wofür die ist. Ähm. Hätte ja klappen können. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ähm. Warte mal, wo war der nochmal? Achso, in der Gruff war das, ne? So, ausprobieren. Funktioniert das hier? Warte mal. Nö. 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 Aber hier können wir, glaube ich, hin. Ja. Eine nächste Seite. Ja. Ich glaube noch zwei Seiten. Ich trage dieses alte Symbol mit mir zu der Grave. Recover es, würde dir helfen, zu verstehen, was ihn betrifft. Vielleicht kannst du Remington in Zeit stoppen. Wenn nur, kannst du meine Hand regenerieren. Wir kriegen nichts dafür. Nichts. Aber jetzt müssen wir erst mal mit der, äh, äh, Zunge erst mal ablecken. So. Warte mal, gibt's hier noch einen? Warte mal, vielleicht hier noch einen? Natürlich ist das alte Kranz, kann ich runterfahren. Ja, 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 ja. Aber hier gibt's sonst nichts mehr. Ja, hier können wir nichts mehr machen. Okay. Vielleicht irgendwo hier wieder ein Wimmelbild. So. Wir schauen mal. Hier oben. Wimmelbild. Nein. Hier vielleicht. Nein. Ich glaube, wir brauchen wieder ein neues Wimmelbild. Um wieder irgendwie einen lustigen Hinweis zu finden. Oder einen lustigen Gegenstand, den wir brauchen. So wie die Eidechsenzunge. Ich habe keine Ahnung, wofür die sein soll. Vielleicht um sich, äh, selbst zu, äh, befeuchten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier benutzen. Nein. Warum kann sie einfach die Sachen nicht hier anknüpfen? Weißt du, die haben extra so Löcher dafür. Und hier sind extra so Kugelgelenke dran. Nein, das geht nicht. Ich brauche wahrscheinlich erst einen Sekundenkleber dafür. Nichts hat dazu zu gar nichts. Überhaupt nichts. So, ähm, hier vielleicht nochmal ein Wimmelbild. Moment. Nein, hier ist auch nichts. Wie sieht der schwebt, ne? Oh, mit den Palästinenser Rennsandalen. Ähm. Toll. Ich sehe schon, die nächsten zwei Jahre der Let's-Play-Live-Show werden wir hier in diesem Wimmelbild verbringen, weil wir nicht mehr rauskommen. Weil wir elendig ver, äh, ja, verkacken bei diesem Spiel. Das gibt es doch gar nicht. Was soll ich denn bitte mit dieser, mit diesem dämlichen, ähm, Eidechsenzunge machen? Ja, ich auch. Gib mir in der Kanonenkugel und ich erledige das mal eben das Problem. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer. Wofür wir bitte die, 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 äh, äh, Zunge? Boah, diese Animation von dieser, von dieser, äh, 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 Fledermaus ist echt mega. Also da kann sich echt mal andere von abschneiden. Irgendwie andere Entwickler. Das ist der Hammer. Ähm. Da ist ein Schiffsfriedhof auf der anderen Seite der Insel. Was für ein trauriger Anblick. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, warte mal. Wir können die Münze eigentlich theoretischerweise mal einsetzen bei unserem, äh, Kollegen hier. Kollege Ataps. Hier. Immer die selbe Animation. Okay. Kissen wir auch nicht voll, ne? Remington jumped in after Mary and saved her from drowning, but the rescued girl soon became feverishly ill. The captain couldn't trust any of his vicious mates, so he personally nursed Mary back to health on Skull Island. During that time, Remington fell in love with the beautiful countess at his mercy. Mary noticed Remington's feelings and started to care for the legendary pirate. Toll. Do you have a coin for me? Do you have a coin for me? No. Nein. I have not a coin for you. You are a little, äh, Gollum. And I have not a coin for you. Was haben wir denn mit der Zunge machen? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir hier vielleicht anlenken oder so? Hier, nimm die Zunge. Nein, es geht nicht. Okay. Sitting. Was? Sitting? Was für ein Sitting? Ähm. Ich habe... Beep. Sitting. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was wir mit der Zunge machen sollen. Zungensitting, im Übrigen. ich habe keine Ahnung, 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 ich habe keine Ahnung,